hallo ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für mittwoch den 19 7 2023 und unser dax baut hier weiter an seiner sandburg gesamtmarkt umfeld sieht auch sehr sonnig aus sehr positiv dafür betrachtet ist unser dax allerdings nicht weit raus gekommen ja also wenn wir den vortrag ausschluss betrachten 50 punkte drüber bei dem was andere assets abgeliefert haben ist schon recht mau und das könnte ihm auf die füße fallen muss man also ich würde hier weiterhin noch ein bisschen vorsichtig sein denn wie wir hier unten wegkommen ist sehr träge ja es ist sogar fast noch langsamer als wir runter gekommen sind und das war schon runter zu ziemlich zäh und es ist auch sehr unüblich für den dax dass er das kurz macht er erinnert euch daran was wir hier vor ein paar tagen gemalt haben ich glaube letzte woche freitag oder letzte woche donnerstag hatten wir mal hier links irgendwo ins weiße gemalt dass der markt ja so eine abc macht da ging es mir darum um euch zu vermitteln was kann von diesem tief passieren um euch zu zeigen der muss jetzt nicht sprach ja nach unten durchfallen mit sks und so weiter sondern der kann eben auch richtig nach oben durch ballern und da hatten wir gezeigt das würde dann so aussehen der macht die ran kommt hier wieder zurück dann drückt dann nächstes fälle hoch nächste und dann rastet richtig aus so in etwa haben wir das gemalt guckt man sich das jetzt hier an zack 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 das ist quasi das zack 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 das sind die ersten drei hier dann wieder hoch dann zum an der spitze dann zurück dann sind wir hier wieder hoch zurück und voll oben durch die decke aber wir sehen der arm ist viel zu kurz also wir sind werden jetzt momentan fast so guckt mal und das eigentlich eher unüblich heißt nicht dass es nicht trotzdem geht aber es ist eher unüblich und ihr kennt mich ich bin halt echt hier dachs beobachter seit seit gefühlt keine ahnung ich lassen ja gar nicht mehr aus dem blick für euch guck mir das miss wie den ganzen tag an wie er steigt und und nicht und er hat halt seine gewohnheiten er macht viele sachen immer immer wieder und er macht manche sachen eher seltener und ich bin immer darauf aus euch ein bisschen zu zeigen was macht er denn sehr oft weil er das dann tatsächlich auch oft so noch mal macht natürlich klappt das nicht immer natürlich wird auch irgendwann die sachen machen die eher seltener auftreten aber das was typisch wäre oder was er oft macht wäre hier in dem falle das jetzt wenn es denn tatsächlich eine politische variante wäre noch auszustrecken dass es eher mehr sowas wird und dann hier oben weiter raus geht und dann könnte es sein dass er das jetzt sogar raus macht was sogar noch viel typischer wäre was sogar noch viel typischer für den dax wäre aus der aus dem grund dass wir hier ein höheres hoch haben und hier ein tieferes hoch wäre sogar dieses und dann kriegen wir hier eine andere farbe hin oder ich mache erst mal kurz das hier das ist fast noch typischer und dax ja hier irgendwie dann doch wieder weg sich mogeln abrutschen völlig verballern und hinten raus dann erst wieder hochkommen also ich kenne es euch jetzt mal kurz mit einer anderen farbe das sind so diese typischen bilder dass das momentan macht hier zum kurzen arm so reinstellen und sich wieder lang strecken das sieht man eher selten weil der dax gar nicht so der performer ist der dax ist eigentlich schon so ein kleiner versager muss man schon so sagen ähm der kann nicht viel tut manchmal so aber kann nicht so viel da sind andere schon ein bisschen stärker unterwegs und unser dax eher der der auffällt dass er dann doch immer mal ein bisschen seitwärts klemmen bleibt doch noch mal stärker zurückkommen wie man es eigentlich gedacht hat das ist dax na das ist deutschland vielleicht auch vielleicht auch ein bisschen der politik geschuldet und deswegen bin ich hier jetzt bis zum verhalten noch vorsichtig und würde einfach unterhalb von 16 1 20 aufpassen dass ich mich nicht vor bumse weil der von theoretisch wenn er jetzt hier wirklich weg knabbert und nicht den langen arm oben raus streckt wahrscheinlich noch mal hier runter fällt bis auf die channel kann und die ist jetzt mittlerweile schon bei 15 9 60 15 9 50 das würde ich einkalkulieren wenn wir unter 16 1 20 reingehen versteht das aber nicht falsch läuft der oben raus dann habe ich ein finger am long abzug dann gucke ich mir den genau an wie steigt der bringt der rückläufer drehen die rückläufe wieder nach oben auf und wenn ich sowas sehe dann dann knallst du ihm dann eine lange in die fresse dann dann ist mir das auch scheiß egal ob das jahr stimmig ist oder nicht dann das was der markt bringt das muss gehandelt werden ja mit dem markt gehen nicht dagegen stellen nicht in irgendeinem szenario sich verlieben und dafür feuer und flamme werden und dann nur noch glauben das muss jetzt aber so eintreffen weil man das so besonders schön findet nein das ist dann scheiß egal wenn der hier oben drüber geht wir haben jetzt hier als nächstes noch den gett los bei 16 1 60 ist auf jeden fall zu es ist ein bisschen tiefer dann haben wir 16 23 16 260 auch schon einen tacken höher sogar momentan zu fast 2 70 dann haben wir bei 3 40 das offene gett und das letzte hoch um 4 30 knapp 4 27 war es gewesen das sind erstmal die nächsten stationen und dann wäre der arm aber zu kurz das heißt der arm der müsste eigentlich noch bis ach sogar über 600 drüber gehen hier damit es eine schöne trendfortsetzung wird also platz ist oben genug wenn er den bullisch mitspielt wenn er denn wirklich jetzt raus drückt und mit läuft hat man noch genug zeit um sich irgendwo long punkte mitzuschneiden aber man sollte es eben dann auch nutzen wenn man stärke sieht ja wenn man stärke sieht sehen wir die nicht und er knappt uns unter die 16 1 20 zurück ja verzeiht ihm er ist manchmal einfach ein trottel er ist manchmal ein versager aber er kann da nichts für wirklich nicht der macht das auch nicht um euch zu ärgern also wahrscheinlich sogar schon aber seht zum nach und handelt einfach geht einfach mit nehmt das nicht persönlich wenn er euch versucht zu foppen sondern nutzt dieses tricksen und diese täuschen was der dax eben oft macht einfach dann zu eurem vorteil und geht da noch mit auch wenn das jetzt am vortag nicht ergebnis reich war hier unter der 16 70 ich würde unter 16 21 trotzdem aufpassen der kann ja locker locker noch mal auf 16.000 und auch noch ein stückchen tiefer zurück ja da einfach ein bisschen offen sein auch von dem gap close wäre das möglich dann noch mal unten zu ziehen kann schön channel bauen oder gibt so viele möglichkeiten aber auch nicht unbedingt voll verkämpfen auf der short seite wenn er oben raus steigt würde ich auch nicht machen ja wenn ich welche sehe ist was anderes aber nicht wenn ich stärke sehe dann würde ich ja auch zusehen dass ich irgendwie aus der auf der langen seite noch meine punkte mit holen weil sie nicht gibt es wirklich genügend okay ich hoffe ihr könnt was mit anfangen wie gesagt seite ein bisschen vorsichtig nicht ganz stimmig ist bild das kennen wir so vom dax nicht üblicher wäre wenn er noch ein bisschen was hinten raus zur seite weg zimmert hier auch vielleicht sogar seitwärts nach unten das wäre üblicher aber er ist frei er ist frei und wir müssen mitgehen er ist der gebieter nachdem wir uns zu richten haben ja wir schwimmen nur mit dem geld mit ganz egal was er macht und bereiten uns einfach nur darauf vor wenn er denn oben raus das und das macht dann die und die ziele erreichbar bis dahin kann man den teilverkäufe durchziehen wenn wenn in anführungsstrichen wenn wir aber sehen dass er verkackt und sich wieder unter 120 verkrümelt dann planen wir einfach ein dass da unten noch mal eine 16.000 aufblitzen kann und auch eine 15.59 ja ich mache hier zu wünsche euch was gutes kriegen wir uns morgen wieder bis dahin tschüss cling Vielen Dank.